Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregelers, hier wird der Dolly für euch am Start mit einer kleinen Stream-Ankündigung, mal so spontanerweise. Ja, der letzte Flügel wurde jetzt gerade heute Nacht released, ja, der letzte Kampf gegen den Lich King. Und da ich ja dachte, okay, man kann das ja mit jeder Klasse durchmachen, dann bekommt man ja den tollen Arthas-Skin. Und das möchte ich gerne machen, möchte es auch gerne mit euch zusammen machen und dachte ich, so ein Stream wäre da eigentlich recht, ja, logisch, oder? So was mal zusammen zu machen. Wird so, so mal wieder Zeit, dass ich mal eine Runde mit euch streame. Und deswegen starten wir heute Abend um 20 Uhr auf www.twitch.tv. Seid dabei, erscheint und habt Spaß. Ich freue mich auf euch. Also heute Abend wird der Lich King gleich neunmal geklatscht und daraufhin gucken wir mal, wie wir noch Bock haben. Open End. Nicht allzu lang, ich muss am nächsten Tag arbeiten, aber wird witzig. Bis dann. Tschüss.